Die Alpenstadt Chur ist von fruchtbarem Land umgeben. Die Weinbaugebiete und eine wunderschöne Flora und Fauna prägen die Region rund um ihre Nachbargemeinden. Kulinarische Bündnerspezialitäten wie die Nusstorte oder das Bündnerfleisch haben ihren Ursprung aus dieser Region. Auch das Rurer Rheintal ist bekannt bei Wanderern und Abenteurern und bietet ein unvergessliches Erlebnis.